Heute befassen wir uns mit guter Musik und damit Ahoi ihr Küstenkinder und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Bevor ich jetzt zum Inhalt dieses Videos komme, habe ich eine freche Frage vorab an euch. Wieso schaut ihr eigentlich meinen Kanal? Wieso schaut ihr eigentlich mich? Schreibt mir doch mal gerne, wenn ihr möchtet, in die Kommentare drunter, warum das so ist, was euch hier so sehr gefällt und was ihr euch vielleicht für die Zukunft für diesen Kanal hier wünschen würdet, dass ich noch mache, was ich bisher noch nicht mache. Das macht mich neugierig. Mitgebracht habe ich euch heute, wie ihr unschwer im Titel, im Thumbnail und hier jetzt sehen könnt, den Jazz Club von Lego Icons, der jetzt 2023 im Januar auf dem Markt erschienen ist, den wir jetzt alle kaufen können. Wir haben die Z-Nummer hier 10-3-12 und einen Preis, eine UVP von 229,99. Jo, das klingt im ersten Moment wieder mal sehr teuer und typisch Lego. Ich finde den Preis hier aber, und jetzt mache ich mich vielleicht bei dem einen oder anderen unbeliebt, gerechtfertigt. Ich finde dieses Set, ich sage es vorweg, ziemlich cool. Wir haben 2.899 Teile. Das macht einen Teilepreis von 7,93 Cent ohne Rabatte. Ich finde, der Preis vom Teilepreis her ist damit ziemlich fair. Und dieses Produkt wird es wahrscheinlich auch noch zu gewissen bestimmten Händlern schaffen. Ich glaube nächstes Jahr oder irgendwie so meistens dann. Und da gibt es dann auch öfter mal Rabatte und dann ist das ein sehr fairer Preis hier in der Lego-Welt, in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden. Ein Gewicht haben wir hier von 2.385 Gramm. Das sind 9,64 Euro pro 100 Gramm. Und damit ist auch der 100-Gramm-Preis bei Lego unter 10 Euro und damit tatsächlich okay und fair eingepreist. Jetzt schauen wir uns einmal die Box an. Da drin poltert es noch ein bisschen. Da ist nämlich noch ein zweiter Karton drin. Oh Gott, ist das hier groß. Da ist ein zweiter Karton drin, in welchen noch Bausteinen drin sind. Und die Anleitung ist ja auch noch drin, die in Pappe eingepackt ist. Ich habe nämlich die digital gebaut. Bei diesen großen Sets, hier bin ich, macht es keinen Spaß, die Anleitung auf dem Tisch zu haben, um ehrlich zu sein. Also, von vorne sieht es dann so aus. Hier unten das Branding 18 Plus, 2.898 Teile. Die Farbgestaltung einfach nur schwarz. Ja, ist ein bisschen langweilig. Wir haben jetzt ein bisschen Farbe reingepackt. Also, hier ein bisschen roto, da, 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 da hinten. Ja gut, kann man so machen. Das ist jetzt kein Highlight. Auf der Rückseite typisch für diese Serie noch einmal andere Gebäude, die es in der Serie gibt, die man so noch kaufen kann. Dass das Ganze hier modular ist, ist hier einmal abgebildet. Und hier oben einmal die Master. Und hier unten eben Szenen aus dem Set. Und das ist die Verpackung. Zur Anleitung möchte ich einfach nur so viel sagen. Die hat extrem angenehme Baustritte. Die sind nicht zu klein. Ich nehme wirklich viele Steine, also relativ viele Steine aus, sammle zusammen und fange an zu bauen. Die Bauschritte sind daher für mich in einer angenehmen Länge nicht zu wenig, nicht zu viel. Es wird nicht öde. Generell ist die Anleitung so aufgebaut, dass ich keine langweiligen Passagen zu oft habe und immer nur das gleiche baue, wie es Alternativversteller gerne mal machen. Also, ich ziehe jetzt nicht alle Wände hoch, mache dann hier Inneneinrichtungen, mache dann das, dann das. Nein, ich baue parallel die Wände, ich baue Paralleleinrichtungen, ich baue parallel den Boden. Dann mal eine Minifigur hier und da, nicht alle Figuren auf einmal. Also, es ist eine sehr gute Mischung in meinen Augen. Um das Ding dann fertig zu bekommen, müssen wir hier 15 Bauabschnittstüten durchbauen. Schauen wir uns die Minifiguren an. Wir haben acht Stück an der Zahl, ich finde sehr schön gestaltete. Wir haben leider keine bedruckten Beine, außer bei der Jazzsängerin, da haben wir einen bedruckten Rock. Ansonsten sind nur die Oberkörper bedruckt, aber ich finde die Figuren sehr schön gelungen. Wir haben hier außen einmal den Schneider. Wir haben die Jazzsängerin, wir haben eine Zauberin, wir haben einen Pizza-Auslieferfahrer. Und auf der Rückseite, also die anderen Figuren, quasi auf meiner Rückseite, haben wir dann einmal die Drummerin, so wie ich es verstanden habe, den Koch. Wir haben den Bassisten, der irgendwie auch die anderen Instrumente spielt. Wir haben die Chefin des Jazzclubs hier mit dabei. Beim Pizza-Auslieferfahrer gibt es noch einmal so einen kleinen Auslieferroller hier mit dabei, mit Pizza-Aufdruck hinten drauf. Einen Helm gibt es dazu noch. Und die Zauberkünstlerin hat noch einmal hier Pflanzen quasi, also Blumen aus dem Hut gezaubert. Ein Kaninkel ist dabei, ein weißes. Und ich glaube, diese bunten Tücher, die sie sich immer aus den Ärmel ziehen, sind ja auch mit dabei als Accessoires für die Magierin in diesem Set. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigen, zu diesem coolen Jazzclub hier. Und der gefällt mir von vorne bis hinten. Und ganz ehrlich, ich finde die Farben super geil. Ich finde, dass das richtig cool stimmig aufeinander abgestimmt ist. Es ist eben ein lebendiges, ein kunstvolles Gebäude, Jazzclub. Da ist ein bisschen Action. Das darf auch ein bisschen bunter sein. Die Farben gefallen mir extrem gut. Und was mir auch extrem gut gefällt, ist, dass hier drin die Räumlichkeiten, dass die alle aufeinander abgestimmt sind. Das hat alles miteinander irgendwie zu tun. Hier ist kein Gebäudeteil oder kein Geschäft drin, was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Das passt wirklich perfekt zusammen. Es ist sehr homogen gestaltet und durchdacht vor allem. Und was natürlich auch erwähnt werden muss, bei diesem Modular Building hier haben wir alles Drucke, keine Aufkleber. Wobei das Lego ja bei der Serie der modularen Gebäude immer so macht, meines Wissens nach. Aber auch hier ist es immer noch so. Ein paar Worte zur Steinequalität, bevor wir uns das Ding einmal schnell angucken. Die Steinequalität hat mich wirklich, 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 noch ein wirklich, überrascht. Und die Klemmkraft war perfekt. Die war perfekt. Und ich habe es in meinen letzten Videos in der City-Woche, in den City-Wochen schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass sich die Klemmkraft verbessert hat bei Lego wieder im Vergleich zu der Zeit vor ein paar Monaten. Ich habe hier nicht ein einziges Teil gehabt, was eine zu schwache Klemmkraft hatte. Oder auch eine zu starke Klemmkraft habe ich hier nicht wahrgenommen. Die Klemmkraft war wirklich perfekt. Zudem ist das Transclear wirklich Transclear. Das ist schön klar. Ich habe keine Macken, keine großen Macken auf den Steinen, auf den Fliesen, habe ich nicht gefunden. Die sind wirklich alle gut aus. Kleine Macken und Scratches habe ich da immer dabei. Das bleibt nicht aus, wenn die Steine zusammen in der Tüte liegen. Aber nichts gravierend auffälliges. Das Einzige, das Einzige, was sich durchzieht aktuell, sind die schwarzen Steine. Vor allem auch die schwarzen Fliesen. Das schwarze bei Lego ist eher so ein Grau in letzter Zeit, auch schon seit längerer Zeit. Und ich habe so kleine graue Pünktchen gefühlt drin, Einschlüsse oder Pigmentfehler, Farbfehler in dem Schwarz, dass das wirklich wie grau aussieht eher und nicht schön ist. Denn hier aus der Ferne fällt es nicht auf und dicht im Fels mehr auf. Und ich bin sehr pingelig, was das betrifft. Deswegen sehe ich das. Und die schwarzen Steine sind ausbaufähig hier bei Lego in meinen Augen. Das deutlich. Ich habe Aufwälbungen gehabt tatsächlich bei dem Bau des Daches und bei einem Geschoss, sodass ich es beim Draufsetzen so ein bisschen schwer draufbekomme, weil es hier und da verzieht. Gab es früher bei Lego so auch nicht. Aber ich muss dazu sagen, das ist besser geworden. Das war auch schon schlechter vor ein paar Monaten. Und ich habe Farbabweichung. Das bekommt aktuell keiner mehr hin. Das Gelb hat arge verschiedene Farbtöne quasi. Sagt man das so? Ich glaube nicht, ist das egal. Und das Rot, dieses Dark Red hier, hat leider auch viele verschiedene Farbtöne. Lasst uns nun endlich einen Blick auf den Jazz Club werfen. Ich werde euch wahrscheinlich nicht jedes Detail zeigen. Denn jeder, der es noch bauen möchte, der soll hier nicht bis ins Detail gespoilert werden. Aber die wichtigsten Sachen, wie ich finde und die Highlights, werde ich euch hier jetzt benennen. Also schauen wir uns das Ding einmal an. Ich drehe den einmal um, dass ihr das einmal von allen Seiten hier sehen könnt. In voller Pracht. Dass wir hier wirklich eine Farbe haben. So an sich. Aber ihr seht hier schon die Farbabweichung in diesem Dark Red. Das ist deutlich zu erkennen, finde ich. Also auf meinem Bildschirm sehe ich das gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es auch sehen könnt. Ich sehe es sehr. Aber ansonsten habe ich hier keine komischen anderen Farben zwischen von in eine Richtung, die dann durchleuchtet sozusagen. Also es gibt ja Sets, da habe ich in drinnen irgendwie eine Wandhalterung. Und das hat eine andere Farbe. Und dann sieht es von außen eben mit einer anderen Farbe blöd aus. Habe ich hier nicht. Wenn ich anderes Gebäude dran klatsche, würde ich es eh nicht sehen. Aber ich finde, die Gebäude zusammenhängt, sieht irgendwie doof aus. So als Block. Ich habe die lieber so ein bisschen einzeln zu stehen, ohne sie zusammenstecken zu müssen. Vielleicht mal hier unten das Ding, da ist Feuerholz drin. Also da soll Feuerholz drin sein für den Pizzaofen, den wir innen drin finden. Das soll dieses kleine Ding hier hinten einmal darstellen. Hätte ich nicht gewusst, hätte Lego das nicht in die Anleitung geschrieben. Hintertür, genau. Wir drehen weiter. Also deiner Balkon hier hinten noch mit am Start. Wir drehen das weiter. Von der Seite ist dann so aus. Und könnt ihr das hier auch erahnen. Ich weiß nicht, die Gelbtöne, vielleicht seht ihr das hier auch so ein bisschen, dass die sehr unterschiedlich sind. Der Kamin zieht sich hier durch. Und dann sind wir wieder auf der Vorderseite angekommen. Allein das Dach hat schon eine witzige Eigenart sozusagen. Zwei. Einmal habe ich hier so ein süßes Eichhörnchen oben drauf. So ein kleines freches Eichhörnchen. Da müsst ihr übrigens laut Lego aufpassen, wenn ihr eine Pizza hier kaufen möchtet als Gast, als Kunde. Das klaut gerne mal Pizzastücke. Und ich habe eine coole Bautechnik hier oben. Und das ist das hier. Schaut mal. Dieser, wie sagt man, ist das ein Fürstabschluss oder sowas? Sims, Dach, Dingens, Ende, oben, keine Ahnung. Ist hier auf dem Kopf gebaut. Das ist ein Kotflügelelement, was falschrum hier aufgesetzt ist. Und oben rein wurde dann diese Brickkonstruktion gesetzt. Das ist, ich sage dazu, Raketenantrieb, Düse hier unten, oben so ein Kone drauf. Und dann haben wir hier dieses Element gebaut. Finde ich sehr, sehr raffiniert. Hier sind die Kotflügel auch nochmal links und rechts. Aber hier sind sie richtig rum. Und hier eben eine Verfalschung, um diese Form so darzustellen. Sonst habe ich hier auch eine Dachluke. Und das ist mein Dach, was sehr cool gebaut ist. Ein bisschen Farbcodierung habe ich hier drin. Ein bisschen gelb hier. Das bleibt nicht aus. Aber die hat sich sehr, sehr, sehr in Grenzen gehalten. Das zweite Obergeschoss. Dritte Etage. Wie auch immer man sagen möchte, weiß ich nicht. Teilt sich wie folgt auf. Einmal kann ich dieses hier abnehmen. Und ich kann einmal dieses kleine Element hier abnehmen. Dann starten wir. Das ist ein Gewächshaus. Da habe ich ein paar Pflanzen drin. Allein hier wird kein diverses Gras gezüchtet. In irgendeiner Form. Hier drin sind Gemüsesorten für die Pizzeria unten. Der baut hier sein Gemüse an der Koch. Selbstständig. Ganz cool. Wir haben das Gewächshaus Brick Build gebaut. Finde ich nett. Kleine Deko hier vorne drauf. Und dann haben wir hier eben ein Gewächshaus mit am Start. Sehr witzig gemacht. Und jetzt haben wir das obere Geschoss quasi des Jazz Clubs. Was ich bei diesen modularen Gebäuden immer ein bisschen schade finde, ist, dass die oberen Etagen nicht gefließt sind. So auch hier in diesem Fall. Werft kurz einen Blick. Wir haben hier oben quasi das Ankleide- und Probenzimmer für die Jazz-Sängerin. Hier auf der anderen Seite. Hier unten ist so ein Loch. Da kommt die Treppe hoch. Das ist quasi das Treppenhaus. Eine Türe hat eine kleine Pflanze. Und dann ist es das hier oben im Prinzip gewesen. Ist jetzt ein bisschen leer. Mehr Deko hätte hier aber auch nicht reingepasst. Ich glaube, hätte ich hier Fliesen drin, wäre das optisch schon ein bisschen spannender, als es so jetzt ist. Aber Lego macht eben keine Fliesen in die oberen Etagen. Ich weiß nicht, warum. Was ich wirklich cool finde, sind die Fenster. Die sind sehr, sehr cool. Design von der Farbe her einfach. Diese verschiedenen Trends-Farben, die hier drin sind. Ich habe Violett, ich habe Gelb, ich habe Blau. Ich finde die Fenster extrem schön. Die sind auch hier nochmal drin. Die leuchten richtig cool. Das seht ihr auf der Kamera wahrscheinlich nicht. In echt sieht es aber extrem cool aus. Die nächste Etage ist zweiteilig. Die hängt hier so ein bisschen zusammen. Das ist einmal die Schneiderei. Und einmal habe ich hier quasi das Büro, den Balkon, die Galerie der Managerin des Jazz-Clubs. Und hier ist ein kleines interessantes Gimmick dabei. Ein Highlight im Set. Einmal das Interessante ist dieses Bild hier. Das ist ein Kunstwerk laut Lego aus dem Pariser Restaurant, was oben im Dachgeschoss dort gemalt wurde. Und hier ist so ein Plattenspieler mit drin. Den möchte ich euch gerne nochmal zeigen, wenn ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ich finde den sehr, sehr, sehr cool gebaut. Da ist auch eine Platte drauf, die bedruckt ist da unten. Ich weiß nicht, ob ihr das hier jetzt erahnen könnt. Keine Ahnung, es ist ein bisschen dunkel wahrscheinlich. Finde ich aber cool. Der Plattenspieler ist mein Highlight auf jeden Fall. Hier ist ein gebautes Telefon. Der Tisch eben der Managerin. Sehr cool. Und hier drüben ist die Schneiderei. Da werden dann auch gerne mal die Kostüme für die Jazz-Künstler oder generell für die Künstlers-Jazz-Clubs gestaltet, geschneidert, wie auch immer. Hier auf der Seite haben wir eine gebaute Nähmaschine. Die finde ich auch sehr, sehr schön gestaltet. Treppenhaus, auch hier, zieht sich quasi durch. Ich habe ein paar Noppen drauf, dass ich die Figuren platzieren kann. Auch hier oben ist nichts gefließt. Interessante Geschichte. Die Tür hier zum Schneider ist Lavendelfarben. Das zieht sich auch hier durch. Lego sagt, willst du zum Schneider, verfolge die Lavendelfarbe. Er hat auch vorne an seinem Gebäude quasi Lavendel dran zu hängen. Und dann soll man da so hinkommen. Das Finale ist nun also das Erdgeschoss. Das detailreichste Thema hier. Das detailreichste Element in dem Set. Vorne einmal die große Schrift. Jazz-Club. Dann Live-Music, All-Night-and-Magic-Show. Also nicht nur Musik. Hier wird auch eine Zaubershow aufgeführt. Die Magerin hatten wir ja dabei gehabt. Vorne so eine kleine Sitzgelegenheit draußen. Eine Laterne, wie sie immer dabei ist. Hier auch wieder das Schild der Schneider. Das ist auch in Lavendel gehalten. Eine Taylor steht hier dran. Seit 1932 existiert er. Schöne Markisen hier vorne sind drauf. Und hier ist die ganze Geschichte in drin gefließt. Ich finde gut, dass hier nichts los rumfliegt, was abfallen könnte. So sieht das aus. Ein sehr großer Raum. Manche sagen jetzt, ja, das ist aber ganz schön leer, der Jazz-Club da unten. Ja gut, aber es ist halt ein großer Raum. Der ist halt meistens dann so, als könnten wir Stügel rein. Ja gut, aber irgendwann habe ich hier Stügel drin. Sechs Stück. In CD-Sets gibt es die ja nicht mehr. Ich habe ein paar Noppen, dass ich Figuren aufnoppen kann auf den Fliesen unten. Generell ist es immer einfach gefließt, was sehr cool ist. Pizzeria, Pizzaofen. Und was ein bisschen strange ist, schaut mal. Das Treppenhaus ist jetzt hier in der Mitte. Das finde ich irgendwie lustig. Da geht es ja hoch. Und in dieses Treppenhaus komme ich nur rein, wenn ich von draußen durch die lavendelfarbene Tür gehe. Das heißt, die Managerin des Jazz-Clubs kommt in ihr Büro auch nur von draußen. Und die Sängerin des Jazz-Clubs muss auch draußen rumgehen und dann vorne in den Jazz-Club wieder rein. Also es ist ein bisschen unlogisch. Ich habe mir hier eine Tür nach innen gewünscht, aber wäre schwierig geworden. Erstmal habe ich hier keinen Platz, um das wirklich zu bauen. Also wo soll ich hier noch eine Tür entsetzen am Ende des Tages? Da wird Lego Schwierigkeiten gehabt haben. Und ich habe hier nämlich schon eine Tür dort. Die führt aber zu einem WC. Das ist ein sehr kleines, süßes WC. Ist sehr lustig gebaut. Kann ich euch unmöglich zeigen aus der Perspektive. Will ich auch gar nicht. Ein paar kleine Geheimnisse müssen drinbleiben. Und so ist es dann. Eingang hier vorne ist gleichzeitig Ticketschalter. Ihr seht, das ist so schön schräg gebaut. Das ist dreieckig, würde ich sagen. Das ist ja auch Quatsch. Hier kann man die Tickets kaufen. Hier geht es rein in den Jazz-Club. Schaut mal, das ist so ein bisschen wackelig hier. Das ist auf zwei Turntables gelagert. Unten einmal einer, oben einer. Und dann wird das so überbaut. Und da sitzt aber fest drin. Da passiert gar nichts. Weil ich gehen komme, wackelt es natürlich so ein bisschen in den Ort her. Aber es ist super cool gebaut. Und mir gefällt die Optik auch hier in dem Fall sehr, sehr gut. Jetzt habe ich doch vor lauter Aufregung über dieses tolle Set hier einen wichtigen Punkt vergessen. Der Strange war in der digitalen Bauanleitung. Ob die analoge auswarten, weiß ich nicht. Aber Bauschritt 332 existiert bei mir irgendwie nicht. Also es ist in der Anleitung der letzte Bauschritt der Bauabschnittstüte Nummer 12. Nur wenn ich bei dem angekommen bin, habe ich gar keine Teile mehr. Wenn ich jetzt Bautüte 13 aufmache und diesen Schritt dann baue quasi, obwohl der bei Bauschritt 13 gar nicht aufgeführt wird, geht es aber mit den Teilen auf. Das heißt, dieser Bauschritt, die Nummer 332, ist irgendwie eine Seite nach vorne gerutscht, wo sie nicht hingehört. Die gehört zu Bauschnitt 13 und nicht bei 12. Also wenn ihr das Set bauen solltet und nach Bauabschnitt 12 merkt, okay, mir fehlen hier Steine für die letzten Bauten hier quasi, für die letzten Anbauten, keine Panik, macht Tüte 13 auf, baut drauf los, dann passt alles, das geht alles auf. Ist hier ein kleiner Fehler in der Anleitung, passiert Lego jetzt auch nicht so häufig, ist mir aber hier direkt aufgefallen. Es ist auch nicht schwer, dass einem das auffällt. Was bleibt mir also am Ende zu sagen in meinen berühmten letzten Worten? Ich habe eigentlich schon alles am Anfang gesagt, warum ich dieses Set so toll finde. Ich finde, es ist ein Highlight und man muss auch mal ganz klar sagen, bei Lego, wenn etwas gut ist, darf es auch benannt werden. Ich nenne ja ganz oft die schlechten Dinge, was nicht gut ist bei Lego, was nicht funktioniert. Aber wenn wirklich was funktioniert, dann sage ich das auch. In dem Fall ist das cool und in meinen Augen ohne Wenn und Aber. Der Preis hört sich viel an. Es gab eine Preiserhöhung bei den modularen Gebäuden hier, ja, na klar. Aber im Verhältnis, es ist für die gebotenen Qualität ein fairer Preis, wie ich finde. Und für mich bestätigt sich wieder ein Punkt, den ich schon öfter mal sagte. Am aller, allerliebsten baue ich ja mit Lego. Wenn die Qualität stimmt und wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das Bauerlebnis ist einfach für mich persönlich das schönste in der Klemmbausteinwelt. Das kann jeder anders sehen, oh Gott, das wird jeder anders sehen. Ich bin deswegen auch kein Fanboy. Aber für mich, wenn alles soweit passt, Qualität passt, Scheine passen, Preis passt, ist für mich Lego das beste Bauerlebnis. Und in dem Fall war es so und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich bereue keinen ausgegebenen Euro hier für dieses Set. Das soll es nun also gewesen sein. Schreibt mir doch bitte gerne jetzt eure Meinung zu diesem Set, zu diesem Video, unten drunter in die Kommentare. Ich liebe es, auf Kommentare zu reagieren bei YouTube. Das macht fast mit am meisten Spaß. Bei Interaktionen ist extrem cool. Schreibt mir deswegen alles gerne unten drunter rein, wie ihr das jetzt hier so findet. Und dann sehen wir uns hier bestimmt ganz bald im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich wie immer alles Gute und Tschüss von eurer Steinküste.